Der Rotten, äh, der... Oh, hier liegt noch ein bisschen was rum. Ah, da gibt's ne Menge. Ah, das war lecker. War wirklich voll die epische Musik die ganze Zeit. Ja. So wie bei Heroes of Might and Magic, da war da auch mal so ne Musik so... Welche Chöre im Hintergrund, und... Ja, stimmt. Ich weiß nicht genau, wo es lang geht. Ach so. Hier, ne? Die Türe aufmachen. Ah, sehr gut. Yo, Gabriela, bist du hier? Gabriela! Da bist du. Dein alter Mann hat mich gefragt, dass du okay bist. Mille grazie. I am grateful for your assistance. Ich liebe diese englische Aussprache. Ich gebe dir was für deine Probleme. Wie... ein Kuss. Ich dachte, dass das... Oh! Das ist sogar besser! Besser? Ich muss gehen. Ich will diesem Baby einen Wurl geben. Ja, eigentlich sollten wir die doch retten, ne? Hat der Vater gesagt. Ja. Ja. So... Aber gibt's dann... einen Zusatz? Aber wahrscheinlich müssen wir zu ihm zurück, oder so, ne? Wir haben ja so eine Flasche gekriegt hier. Ja. Ach so, stimmt, ja. Ein Gadget haben wir gekriegt. Ah. Ich hab's mal aktiviert. Und? Was macht das? Ja, das ist überall Blitze. Und, äh... Ich glaube, er schießt schneller, irgendwie. Ah, okay. Jetzt gibt's ja hier überall diese Tintakel-Dinger. Na gut. So, jetzt müssen wir irgendwie... So lang. Genau. Der Opa ist irgendwie gar nicht mehr da. Hm. Das ist ja ein toller Opa, ey. Der schickt uns da gegen den Monster und dann... ...verkrümelt er sich. Ja. Und die gibt uns hier so eine Flasche für 5,99, wie bei Fitnessland, wenn man 180 bezahlt hat für den. Für den Fitnesstest oder so, ne? Ja. Genau. Also wahrscheinlich in Wirklichkeit ja auch nur so ein Eiweissshaker oder so. Genau. Handgeschüttelt. Das ist ne Musik, als hätten wir Rom erobert. Oh, ich ahne Böses, ey. Wird bestimmt wieder gleich richtig... ...fetter Fight losgehen. Ja, hab ich mir doch gedacht. Hubschrauber mit Tentakeln. Schön. Ich sammle dir erstmal alles ein, was du... Alter Falter, ey. Angst, dass die Brücke runterfalle hier. Jo, ist ja nicht so schlimm. Naja, schießt schneller. Das ist ja sowas wie so ein Adrenalinstoß hier mit diesem Ding. Hm. Heftig, heftig, ey. Geht ab. Halsruhe eingekehrt. Man könnte sagen, wir haben für Frieden gesorgt. Jo. Ich mach hier schon wieder so ne Werbedrohne hier. Jetzt gibt's wieder C4. Ah, sehr geil. Auch super. Ja, C4 fand ich auch lustig. Oh nein. Mist, jetzt bin ich hier runtergefallen. Jetzt bin ich unter der Brücke. Hoch. Ja, hoch. Kannst du noch hochkommen, Bjarne? Ja, hier gibt's Treppen. Okay. Sehr gut. Entschuldigung ganz schön nach vorne stoßen. Like, ich mach das Raisöst. sonst ver threatens mir die Brücke und kostet. Und wenn ich die Brücke. Und wenn Leute droht mir steht. Also, wir kommen zuiona vier, um es fühlt, Das war ist, wir machen. Wir brauchen alles unter die Tür keen, scharf schützen zeigt euch jetzt zerlegt da kommt ja noch einer und noch einer und noch einer jetzt gesessen ein bisschen aufpassen greift man von anderen seiten hinter dir ist Godzilla gerade rund durch heruntergefallen leck mich an der täsche die 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 Ich lauf dir mal hinterher. Du läufst mir vor oder so, ja, ich bin ein bisschen abgebogen eben. Wann in Bewegung bleiben wir? Ach so heilige nur! Äh, das muss doch auch mal machen mit zwei Melonen durch die Stadt laufen und so. reine ja das ist ja witz wirst du wahrscheinlich königs luther wieder wach schon sein alter aber ich laufe doch voll rein in den typen weil ich muten wollte wieder so gierig bin sehr gut denn das erledigt ja da hat sich extra die kugeln angespitzt für den darum geht dann die tür auf es kommen jetzt wieder diese büffel der nächste an dir star wars spielt auch mit wieder eine andere waffe nehmen pistole ja ja besser noch besser ja gut das war richtig gut so tor 3 geht immer noch nicht das ist der song hinter und jetzt da wächst rotkohl der schwarf wo das weg lebt gleich meine ex amerikaner komm hier ma'am was machst du hier das ist eine warzone das ist nicht eine warzone das ist roma meine stadt mein home für frauen muss man schon sagen auf jeden fall amerikaner und wir frei die monst weiter geht da ein keller das ist auch schon gruselig allein genug und dann weil wir geschafft mit super maschine extors das ist lade 75 krieg mal ein bisschen was trinken hier lecker ich sag's dir frisch vom bäcker 2 von 4 ja da bin ich immer gespannt wie es weiter geht aber doch sehr viele level ne ja das stimmt naja gut aber wir spielen ja auch nicht so viel und du hast ja vier ne bitte du hast ja vier vier viewer ja genau hallo das ist doch schön ja so fragmen geben sie gas ja du weißt doch ne zehnmal so langsam ja das ist echt krass ne ja so jetzt kanns weiter gehen auf jeden fall amerikaner you fight on street like a good boy i shoot from here die ist aber locker drauf alter die hat die gottwaffe waffe will auch so eine haben ja sie schießt von da oben nicht schlecht dann sammle ich hier noch mal ein bisschen ein oha oha was nur die oma hat die geile waffe ich dachte wir kriegen jetzt das geile ding ich hoffe wir kriegen die hinterher ja der t 800 war also jedenfalls bei terminator 2 der da auch so eine get wegen dann oder was das da ist aber auch rambo hatte schon ist oder arnie im predator oder so ja weil das war nicht er selbst ist oha oha werfen wir die ganze zeit irgendwelche gewichte und kugeln am kopf ist wie auf der arbeit ja schön oh komm gib uns da eine waffe ja wir kriegen sie wie geil ist das denn danke ich hab tatsächlich eine von diesen vor äh 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 Ja, das ist doch mal Musik, äh. Mal ein bisschen ausweichen, versuchen. Das gefällt mir auch echt ganz gut. Ja. Wobei die Schmutzflinte feiere ich auch immer noch richtig. Ach du heilige Neune, ey. Wie geht das hier los? Dass er die überhaupt darstellen kann, ey. Ja, das ist echt Krieg der Sterne. Oh, ich geh auch noch mal da hinten ein bisschen was reinsammeln, ne? Ich hoffe, es gibt Munition für die Gatling. Oh nein, es gibt keine Munition für die Gatling. Hast du auch keine dafür gekriegt, oder? Ne, leider nicht. Aber vielleicht da hinten dann. Ja. Hüpf, hüpf, hüpf. Tropemobil. Was geil ist, wenn du rechts Monsters so drückst, kannst du mal so leicht so anvisieren. Echt? Mir geht das nicht. Ich hab eben, jetzt geht's auch nicht mehr. Ich hab eben da auf die Statue geschossen, also jedenfalls versucht. Oh, ist hier noch was? Wir sind sparsam mit der Munition. Ja. Geräusch und Lichtdisziplin und sparsam mit der Munition. Oh, was ist hier denn schönes? Ah, Fertigkeitspunkt. Ja. Aber jetzt haben wir tatsächlich vier Stück, ne? Ja. Vielleicht ist das das Geheimnis, dass er dann, ähm... Warte mal, das unerschrocken... Dass du dir deswegen, ähm... Die Fertigkeiten verlierst, irgendwie beim Fortsetzen des Multiplayers, aber... Trotzdem die Punkte kriegst du, oder so. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber... So. Oh, hier kann man ja auch schön einsam... Ah, hier ist für die Gatling Gun. Hier guck mal. Ein Minigun nennt er das. Ah. Ist jetzt... Hier ist das gemacht. Ach so, weil... Ich hab hier die Skills geholt. Ah, stimmt, ja. Alter, hier ist noch mehr Gatling. Ist schon super, mit zwei Stück.